Er fängt zum Nasen an, durch mich. Jammer her. Geht ganz schlecht. Geht nicht. Geht nicht. Das war ein großes Stück. Okay, das war es mit der Frosch. Oder doch nicht? Nee, Biber. Der hat gerade an der Fichte genagt. Jetzt kommt er. Das nenne ich schöne Biber Tage. Absolut. Danke. 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 Danke.